Ich saß tatsächlich neulich mal auf dem Sofa und habe so eine Erinnerungsbox rausgesucht. Ich habe da ein bisschen drin rumgewühlt und dann habe ich einen Zeitungsartikel gefunden von früher. Da war ich so sechs, sieben Jahre, da bin ich schon eines der ersten Rennen gefahren. Und da ist mir mal bewusst geworden, ich sitze wirklich schon 15, 16 Jahre auf dem Rad. Also es ist wirklich schon der größte Teil meines Lebens und das wird bleiben, denke ich. Hi, ich bin Linus, ich bin 21 Jahre alt und mache hier bei Rosebikes meine Ausbildung zum Zweiradmechatroniker. Für den Ausbildungsberuf Zweiradmechatroniker für Fahrradtechnik habe ich mich entschieden, weil ich einfach eine sehr große Leidenschaft fürs Fahrradfahren habe. Parallel dazu bin ich aber auch super gerne am Schrauben. Und hier bei Rosebikes hat man dann einfach die Chance, Step by Step mitzubekommen, wie das Fahrrad einfach wächst. Also man fängt an in der Rahmenmontage, wo dann Gabel eingebaut wird, Dämpfer, Züge verlegt werden, zeitgleich werden Laufräder eingespeicht, Reifen aufgezogen, dann geht es in die Vormontage und danach. Folgt dann die Endmontage, wo wirklich alles angeschlossen wird, eingestellt wird. Und dann hast du das Traumbike für den Kunden zusammengebaut. Und das ist natürlich auch immer so ein bisschen die Befriedigung dabei. Während meiner Ausbildung hier bei Rosebikes habe ich mich wirklich sehr gut engagiert. Ich habe super gerne über den Tellerrand hinausgeschaut, habe immer ein bisschen mehr gemacht. Und somit habe ich dann irgendwann die Chance bekommen, auch mal mit auf Messen zu fahren. Dann geht es einfach darum, mit den Kollegen zusammen zu schauen, wie wir den Stand am besten aufbauen, wie es am schönsten aussieht. Da wird auch viel auf Details geachtet. Wenn dann aufgebaut ist, bleibe ich auch, wenn es möglich ist, gerne auf der Messe und berate die Kunden, gebe Testräder mit aus. Ja, was ich auf Messen auch einfach super geil finde, ist, dass du den Leuten einfach mal ein geiles Rad unter den Po setzen kannst. Und wenn die dann von der Probefahrt zurückkommen, haben die einfach nur ein Lächeln im Gesicht. Das ist dann immer so ein bisschen die Bestätigung für die harte Arbeit, die man vielleicht Wochen im Voraus geleistet hat. Ja, selber sitze ich ja auch sehr gerne auf dem Mountainbike, eher abfahrtsorientiert. Und durch die Ausbildung merke ich einfach, wie man viel feinfühliger für das Material wird. Vielleicht die Gabel, die man vor drei, vier Jahren gefahren ist, die reicht mittlerweile einfach nicht mehr aus, weil man mittlerweile die Technik dahinter versteht. Und das begeistert mich einfach. Es gibt irgendwie jedes Jahr was Neues. Seitdem ich hier bei Rose bin, ist es einfach ein großer Teil meines Lebens geworden. Rose und Fahrradfahren ist für mich irgendwie, ist wie verschmolzen einfach. Es gehört einfach zusammen für mich. Ich brenne für das, was ich hier mache und ich hoffe, dass ich hier in Zukunft noch lange bleiben werde.